Wie ist euch gegangen beim Wettbewerb? Ähm, wir haben einen klassischen Fall von Angaben gescheit gewesen gehabt. Oje! Und haben uns dann in irgendwelche Tiefen verstrickt. Bis wir sie dann zum Schluss eigentlich abgebrochen haben. Wir sind auf Lösungen gekommen, also Möglichkeiten, die nicht zum, also zwar schon dann nicht so zum Realisieren gewesen, aber nicht mehr in der Zeit. Und ja, wir haben am Anfang das gescheit gelesen, wie es so oft ist, dann ist eine viel einfachere Lösung möglich gewesen. Das ist so die Lehre.